Was macht ihr? Hör auf, hör auf, hör auf! Tötet ihn doch nicht! Ich hab die ganze Scheiße jetzt abgebaut, das geht gar nicht! Ich hatte doch eine Ender-Perle im Inventar und hab sie einfach hingeworfen. Hallo, herzlich willkommen zur nächsten Runde SkyQuest mit Early Boy und, ach ja, Ja, da, Lukas. Hi! Schnauze. Wenn ihr erstmal braucht, sag Bescheid. Du darfst nur reden, wenn du gefragt wirst. Oh, 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 die Telekom sieht das anders bei Louis. Mhm, lustig. Die darf nur spielen, wenn sie's dir erlauben. Ich brauch' ne Schere, Hörle, ich brauch' Äpfel. Kann das sein, dass man eine Schere? Äpfel nicht mit diesem Crucible so kriegt, sondern lieber Würmer. Weil Louis, wenn du Äpfel brauchst, dann find mal raus, wie wir uns, äh, diesen Scheiß da zu Eisen machen. Weil ich versteh's nicht ganz. Ja, also mir haben die Zuschauer einfach geschrieben, wir sollen das Pulverized Zeug in den Ofen packen. Pulverized Zeug, das würde sogar Sinn machen. Wir hätten irgendwelches Pulverized, äh, Erze. Und die sollen wir doch einfach mal in den Ofen stecken. Was regne, toll. Lass doch mal ins Bett gehen. Ähm... Es ist Tag, Rally. Okay. Pulverized Krams haben wir. Sin, Lied, Iron. Wenn das funktioniert, dann bastelt ihr uns mal ganz schnell ein Stack Eisen. Ändermann am eskalieren. Vorsicht! Ändermann am eskalieren! Ändermann am eskalieren! Vorsicht! Ja. Er geht voll ab! Da sind wir dabei! Ne, geht nicht. Pulverized Eisen kann man nicht einen Ofen packen. Okay. Dann rück' noch mal. 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 Und da auch einfach mal den Who da drauf. Was man machen muss damit das, ach du meinst jetzt mal travail. Oh 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 oh. Oh warte mal. Da, Luft. Sie kriegen dich Balouie! Guck' mal nach unten. Ihr kriegt mich nicht! Ihr kriegt mich nicht! Also sie wollen zu mir. Oh nein, sie wollen zu Eri. Oh my god 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 oh my god. Erst im Haus erst im Haus erst im Haus, erst im Haus. O der ist doch nicht Mal einer von euch drin. Kartoffeln? Kartoffeln Meins, meins, meins Kartoffeln Erli, du hast mal ganz alt eingesammelt Erli Ich bin in der Männer Die sind so geil bei dem Wetter Ah, jetzt weiß ich wieder Ich hab mich ja gerade da hingelegt Im Regen Die weichen ein Malou, die abtöte ich ihn Malou, hast du die Kartoffeln? Was für Kartoffeln? Komm her, komm her, komm her Hast du es hingekriegt? Er schmilzt den Zombiekopf ein Was? Was machst du? Was kommt bei einem Creeper raus? Was machst du? Creeper geht nicht Was passiert beim Skedett? Hä? Oh, das kann man essen, das Zeug Wow, was? Kann man das einfach so essen? Ja, isst das einfach so Im Ernst? Ja Erli So, dankeschön Wo sind jetzt die Kartoffeln? Die liegen da, oder? Baloui hat die lange Baloui wird sie haben Nein, ich hab nichts Dann sag mir, wo sie liegen, Erli Die liegen vor der Tür Dann sind sie weg Das waren fünf Kartoffeln, Dalu Ja, dann sag mir, wo sie sind Kann ich den Maggot bald jetzt so essen? Ja, ich hab sie auch gegessen Dann hab Baloui die Wieso muss ich immer alles haben? Die Maggots Ihr Faggots Hab ich nicht gesagt Aber gedacht Dalu, sie schmelzt bald mal fertig Sonst kommen wir nie an unser Eisen Unser Eisen? Alter, guck mal Was denn? Da drei Stecks von dem Scheiß jetzt Super, aber wie heißt das Essen für die Notfahrt Erli, wo ist, ähm, hast du Hatta hatta? Erli, wo ist ein Dings? Maggot? Nein, jetzt haupt die alle Ähm, macht nur das Essen voll Dann, ähm Was wollt ihr jetzt von Erli? Wieso, die kann so super knuspern? Ja, ja Kann man so nebenbei fressen Ähm, Erli Nein, jetzt, äh Erli, hast du Äh, 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 äh Baloui Äh, 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 äh Äh, 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 äh Ich weiß auch nicht, was er will, der Typ Ich hab Kartoffeln im Inventar Kartoffeln? Brau ich nicht Die Maggot Bites sind viel geiler Ha! Ne, ohne Witz, Baloui Nein, jetzt, warum willst du die nicht essen? Doch, doch, ich hab die doch auch Ich hab da auch ein Stack Die Vergiftung hält ja sofort, hört ja sofort auf Ja, eben, ist ja geil Ähm, hier ist los in der Kiste Okay, dann finden wir erstmal ganz kurz raus, wie das jetzt war Wo ist mein Dust hin? Wer hat mein Dust? Weiß es nicht Hallo? Hallo Was für ein Dust? Was für ein Dust? Äh, das ganze Dust ist weg Was für ein Dust? Ach Was ich hier mühsam erarbeitet habe Ich hab kein Dust So Leute, hier ist unser nächstes Eisen Äh, hier hast du Bone Meal Wir müssen einfach nur hingehen und diese Broken Oars Ja Gehen wir hin Die zusammenpacken in einem Crashing Feld Vier Stück Und dann bekommst du da Gravel drauf und das kannst du in den Ofen packen Ah, sehr gut Da hol dir mal eine kleine Dinge von Ja, hast du denn trotzdem ne Zwei brauchen wir nur, ne? Genau Hast du denn trotzdem Ein Ein Bone Meal für mich Hast du in die Kiste vor, oh, wird lachen drüber Early Ich hab kein Bone Meal Hier, noch Early Wo muss der Dust rein, um da raus, äh Hier ist Mini Creeper im Haus, seid ihr behindert? Creeper? Das ist dein Creeper Äh, Mini Creeper Sorry Balui, 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 guck mal hier, deine Chance, deine Chance, Balui Oh, jetzt ist es zu spät Du musst hier oben was reinpacken, die müssen jetzt alle voll sein Ja, guck hier, kannst du hingehen und hier reinpacken, mach schnell Dann werden die auch wieder voll Warte, dauert noch So, hier oben Einfach, einfach reinnehmen das Juhu In die Wasserbecken In die, in die, genau In die, in alle Und nimm die wieder raus, damit die wieder, äh, voll werden Direkt, weiter, weiter Die müssen alle leer werden Aua So viel du kannst Weil das, äh, ich weiß nicht, ob wir die mit, mit dem Ding, mit dem Eimer vollführen können Wir haben Clay Was soll das? Während hinterm Haus werde ich was richtig geiles machen, Leute Ja, Balui Nix, nix Alles gut If I had a Schere Irgendwo liegt hier Sand, Leute Habt ihr Sand gesehen? Hast gerade eingesammelt Nein, das ist das Nein, ich hasse es Da fließt es, da fließt es, hier Hier ist es da Ja fließt es So, hier Es fließt Row, row, row La, 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 la Leute, ich werd uns live was richtig geiles machen, glaub mir Du willst schon die ganze Zeit was richtig geiles machen, dann fang ja nicht mal an Ja, ich, mach gleich Mach gleich was richtig geiles, wirklich, das wärle Leute Wirklich, ohne Pfeif noch mehr eisen ist ja wirklich schön hallo ich brauche blätter wie viele blätter mit der schere hat mir genau einen apfel gebracht ich habe so viele blätter das kann ich zählen die blätter 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 die blätter nein ich muss erst die akku palizzi aufhalten wo schon wieder ganz wie er kam geht zu dalu nein nein schmeißt die blätter dahin da und da und da heute den clay block noch irgendwie zu wie verkleinert den clay block einfach abbauen ganz normal so wie hast du den einschlag und ich bin tot du nase das hier hinten reinpacken in die fässer verrat ihm das nicht schon mal was von teamplay gehört du hast gerade ein mini zombie mini creeper genannt dass ich wollte nur sozialkorrekte formulierung benutzen aber kommt so auf mich zu was ich glaube du brauchst eine brille nein glaube du könntest dich einfach mal waschen ich habe viel zu viel clay gemacht ich wusste gar nicht dass aus einem clay block so viel rauskommt egal dass wir brauchen wir brauchen wir brauchen für manche bricks und sowas also lass ruhig gibt quatsch wo wir das wirklich verbauen okay ich immer die gleiche anzahl an scheiß dinger hier mache so pass mal auf jetzt wir haben uns jetzt hier eine massenfarm hallo hast du mein clay eingesammelt ne gerade noch geguckt habe ich nicht ich habe so viel clay ich habe so viel clay ja und dann hat er alles eingesammelt ich dachte das wäre dalu der mich hier gerade angreift na warum denn keine ahnung weil du unpick bist so und jetzt muss das grout in den oven oder nicht das grout muss brennen das war schon so viel grout um schmelz zu bauen ja was egal denkt man dass du auch ja und wir müssen die ganzen abläufe und sowas bauen richtig genau das dauert noch ein bisschen also ich werde noch ein bisschen stein sammeln ja wenn du noch mehr clay brauchst äh kriegst du hier nein clay nicht clay habe ich mehr als genug für alles wir brauchen halt Sand Toil ja wir brauchen noch clay ja die hartenfässer sind voll du hilfst mir jetzt ein kleinesfässer hier abzubauen nein du hilfst mir jetzt ein kleinesfässer abzubauen du hilfst mir die fässer abzubauen ich habe keinen ich habe keinen wir gehen jetzt schlafen damit der scheiß Regen aufhört ich drinnen wir im Rad hier gute nacht komm ins Bett jetzt Dalu nimm ins Bett komm drehe doch am rappel hier reicht wenn Dalu noch ins Bett geht hallo ist irgendwie nicht er hat die Nacht wieder durchgemacht ja irgendwer muss ja hier arbeiten von uns ich habe den Scheiß wieder abbauen ohne Witz denn oh die Becken sind nicht mal voll wir können hier kein Clay raus machen das Wasser ist nicht voll kannst du noch mal rechnen lassen Dalu ist mir jetzt scheißig ob da kein Clay draus wird das kannst du da nicht reinpacken wenn es nicht voll ist weil die Schnauze die sind hier alle voll ich reiß sie jetzt trotzdem ab nein mach es nicht ich mach doch gar nix ich schnauze du eskalierst einfach Junge lern mal das deeskaliert sag ne der der die ganze Zeit rumheult was ich heul nicht rum wenn du Dalu einfach die wertvollen Äpfel gibst wir haben Megan Bites ja jetzt siehst du manche sind wirklich nicht voll ohne Witz Early gut gemacht Early warte äh hier am Rappel so riecht denn jetzt Wasser wahrscheinlich wo sind unser da so ich habe kann man Early eigentlich auch da durchpressen hier den Early Kopf Hallo das muss jetzt getestet werden oh ich hab ne Quest oh ich hab ne Quest und ich hab Apfelsaft wenn einer Apfelsaft möchte ähm was kommt da wohl raus Apfelsaft so LOL Early da kam ne Endopperle raus ja siehst du ich habe Skill ok ihr Lieben so jetzt hoffe ich mal das war ja wohl jetzt die erste Reward er hängt die Wand der Schande ab wie es nicht reicht wie ich 10 Apfelsafte pressen muss deren Ernst aha Mexikaner 10 ich hab keinen Bock mehr die kriegt doch nie die Äpfel zusammen oh Ali was macht ihr hör auf hör auf töte ihn doch nicht ich hab die ganze Scheiße jetzt abgebaut das geht gar nicht was denn ich hatte doch ne Endopperle im Inventar und hab sie einfach hingeworfen Sehr gut Immerhin hat er nicht mal Nicht mich verarscht Das ist ganz okay Oh man Gibt es vielleicht einen Apfelflücke als Item Dass man eine höhere Dropchance hat Ja viel Spaß Füll die Scheiße selber auf Warum so schlecht gelaunt Sag mal gibt es eine Möglichkeit Dass man vielleicht eine mehrprozentige Chance hat Äpfel zu kriegen bei so einem scheiß Baum Du Apfelflücke Wo hole ich denn das Wasser her Ohne dass die Wasserquelle weg ist In der Ecke Irgendwo es ist egal Ich will nicht Bäume machen die ganze Zeit Ich brauch nur ein paar Äpfel Ich hab gerade die Melonen abgebaut Die sind schon wieder fertig Melonen Danno jetzt machen die alle voll Nutze die beiden hier hinten die hier sind Jetzt hör doch mal auf den Wadano immer an zu maulen Du merkst die Kanase heute Aber es ist doch egal welchen ich davon voll mache Du Nase Der ganze Eimer geht immer leer Die anderen zwei nutzt es Scheißegal gib Gas jetzt Ich brauch die leer Ich hab die keinen Bock alle abzubauen Ja welche brauchst du leer Alle wo Wasser drin ist Die anderen beiden da hinten Die kann voll Fimmelwasser So da ist Wasser drin Da ist Wasser drin Balui geht in die Bäume Und der mag die Bäume so sehr Weil er ja nichts anderes kann Nein halt Weil er der beste Baumpflücker ist Und ähm Baumwollpflücker Nein was Du bist ein Baumwollpflücker Heißt nicht Balui Komm da So Beide dreien da Der andere ist auch schon Der andere ist nicht voll Der andere ist voll Der ist nicht voll Guck du Nase Wege daran dass du unfähig bist Genau wie immer du Wer ist unfähig Ja die Boy ist unfähig Genau Ich hab grad eine Einladung zum Warmpicken bekommen Das ist gut In deiner Nähe Ja genau Heute Abend kommt es wieder auf jeden Treffer an Lust auf etwas Entspannung vor dem Spiel Halt die Schnauze Sandra Ach ja Heute Abend ist ja auf jeden Treffer an Das ist ja fast so Ne Unser Skatclub sticht alles Warte mal Fußball hat schon angenehm oder? Nein 22 Uhr early Okay Unser Skatclub Darüber könnten wir echt mal ein Let's Rage machen Was? Ja über sowas Die Genialsten Die Genialsten Die Genialsten Sprüche von Von Bordellen oder sowas Möcchen wieder dunkel oder? Du bist dunkel im Kopf Also nicht Baloui Doch Nein Ich meine So Moine Damen und Herren 14 Bricks Ist das schön hier die ganze Zeit in de Boy Wo wollen wir die Schmelzer anfangen? Ich bin der Smeltery Tree Inter Bau mal bitte eine neue Plattform dafür oder sowas Holz kannst von mir haben wenn du möchtest Ne ich hole eigenes Secondhand ist immer blöd Wir brauchen ein Deadpack Hätt's dir auch nicht gegeben Ja klar early weißt du Wir haben noch nix am Laufen Aber erstmal ein Deadpack Ich hab mal eins gehört in dem Projekt Ja stimmt hier gab es ja auch mal eins Nein Nein No Early Du hast jetzt gerade Das letzte Holz bei unserem Bei unserem Silkbaum da weggemacht oder? Ich hab gerade alle meine Kartoffeln kompostiert Ja nix am Fett Hashtag all die Bäume und Unfäßt Nimm doch die Maggot Bites Maggot Bites Wieso brauchen wir jetzt auf einmal die Bäume nicht mehr? Du weißt auch nie was du willst Ja wir haben genug Strings Ah da kann man nie genug von haben Ich bin grad zu kotzen ne Ja du bist doch unfähig Du schlau Das ist eindeutig wieder Unfähigkeit von dir Oh 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 Ja das ist doch ein schönes schönes Thema Äpfel kompostieren Äh Bananen und Kartoffeln kompostieren so Bananen Wer denn die Folge anbekommen ist? Angemacht oder Balloui ne? Angemacht Ja dann hau mal rin Balloui Ja warte ich will jetzt erst noch Ja ok Ja wir haben hier einen Sonnendach Folge gefallen Der Dalu der baut jetzt seine Schmelze Und Early Boy ist unfähig Weil er keine Kartoffeln mehr hat Und jetzt verhungern wird Und dann lass ne positive Wertung Da guckt bei den anderen Idioten vorbei Und dann würde ich sagen Sehen wir uns dann die Tage zum nächsten Folge In dem Sinne hau doch rein und mach's Hallo und Sonnfig Tschüss Tschüss True Story Was? Maul Zusätzlich courtesy Vögen Was ist das